Hallo liebe Judokast des saarländischen Judobunds und der Großregion. Mein Name ist Michael Paulus, 48 Jahre, mache 43 Jahre Judo und bin Vizepräsident Sport des saarländischen Judobundes. Die Corona-Pandemie hat uns alle schwer getroffen, gerade uns, da wir eine Vollkontakt-Sportart sind. Es ist gerade für uns eine schwierige Zeit ohne Training, Turniere und unsere liebgewonnenen Freunde der Großregion. Wie ich euch alle kenne, trainiert ihr zu Hause gut, das mich sehr freut. Der saarländische Judobund und besonders ich wünsche, dass ihr alle gesund bleibt und dass die Corona-Pandemie schnell rumgeht. Dass wir uns alle wieder zum gemeinsamen Training und zu Turnieren gesund wiedersehen. In diesem Sinne, re... Ich muss mich nichtügen, also die Veränderung einander wie es angeht. MDR 2020 SWR 2021 2015 2021 2020 2020 Vielen Dank.